Trotz Corona hat ein EU-Abgeordneter fleißig bei einer Sexparty in Brüssel mitgemacht. Die Party fiel wegen Ruhestörungen auf und es kam noch besser, es war eine Sexparty von Männern. Mittendrin der ungarische EU-Abgeordnete Jozef Tsarja, ein alter Vertrauter des national-konservativen Regierungschefs von Ungarn, Viktor Orban. Zu Hause macht Tsarja homosexuellenfeindliche Politik. In Brüssel lebte er das Gegenteil und wollte auch noch spektakulär fliehen. Es ist Freitagabend, als die Polizei in Brüssel zu einem Einsatz wegen Ruhestörungen gerufen wird. Hier im ersten Stock treffen sie auf rund zwei Dutzend nackte Männer. Beim Eintreffen der Beamten war eine Sexparty im Gange, um die 20 Personen waren anwesend. Die Polizei nahm Anzeigen auf wegen Nicht-Einhaltung der Corona-Regeln. Doch einer der Gäste machte sich über die Dachrinne vom Acker. Die Polizei kann ihn später aufgreifen. Der Mann, der hier in Brüssel das liberale Leben genießt, heißt Jozef Tsarja, kommt aus Ungarn, ist Abgeordneter im Europäischen Parlament und hetzt gerne gegen Homosexuellen. Der 59-Jährige gilt in Brüssel als Sprachrohr des nationalpopulistischen Regierungschefs Viktor Orban. Nun hat er sein Amt niedergelegt. In seinem Statement heißt es, Dieser Fehltritt ist rein privater Natur und ich bitte alle, das nicht mit meinem Land und meiner Partei in Verbindung zu bringen. Erst vor einer Woche hat die ungarische Regierung eine Verfassungsänderung durchgebracht, wonach zu einer Familie ausschließlich Mann und Frau gehören dürfen. Was für eine Heuchelei des Europapolitikers. Hier fand die Party statt und der Organisator ist gar nicht überrascht. Wer in einem Land wie Ungarn politisch Karriere machen möchte, der hat keine andere Wahl. Ich sehe, dass gerade besonders konservative Parlamentarier hier bei den Sexpartys dabei sind.